Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc. Zellen mit Textdaten. Für Textdaten in Zellen gibt es einige Besonderheiten, die im Folgenden beschrieben werden. Mehrzeilige Texte können in eine einzige Zelle eingegeben werden. Der Zeilenumbruch kann automatisch ausgeführt werden oder mit manuell gesetzten Zeilenumbrüchen erfolgen. Automatischer Umbruch. Öffnen Sie durch Rechtsklick auf die Zelle und Auswahl des Befehls Zellen formatieren, den Dialog Zellen formatieren. Alternativ können Sie diesen Dialog auch über den Befehl Format Zellen aus dem Hauptmenü aufrufen. Aktivieren Sie in der Registerkarte Ausrichtung, unter Eigenschaften, die Schaltfläche automatischer Zeilenumbruch und klicken Sie anschließend auf OK. Manueller Umbruch. Um einen Zeilenumbruch innerhalb einer Zelle herbeizuführen, muss an der betreffenden Stelle ein Umbruchzeichen eingefügt werden. Drücken Sie dazu STRG-Eingabe-Taste. Also an die betreffende Stelle gehen und STRG-Eingabe-Taste drücken und ENTER. Schriftgröße automatisch anpassen. Eine Anpassung eines längeren Zelleninhaltes an die Zellmasse kann auch durch Verkleinern der Schriftgröße erfolgen. Diese Anpassung können Sie im Dialog Zellen formatieren auf der Karte Ausrichtung unter Eigenschaften finden. Und zwar Zelle anklicken, Format, Zellen, Ausrichtung und hier anklicken an Zellgröße anpassen und anschließend auf dem Button OK. Das war unser Porfenomen Screencast. Tschau und viel Glück.